Ein Blech wird mit einem Rundhammer auf einem Sandsack vorgeformt. Es entstehen Unebenheiten und die Oberfläche des Blechs wirkt sehr unregelmäßig. Die Rollenstreckmaschine kann auch zum Kletten von auf einem Sandsack vorgeformten Blech verwendet werden. Als untere Rolle wird eine Rolle eingesetzt, die den zu erzielenden Radius der Umformung am nächsten kommt. Bei leichten bis mittleren Druck wird das Blech nun durch die Rollen geführt. Die beim Treiben entstandenen Bällen werden damit sehr zügig geklettert. Das Blech wird so lange durch die Rollenstreckmaschine gezogen, bis sich das Durchlaufen des Blechs durch die Rollen singend anhört. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017